Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du solche Münzen eigentlich im Papier richtig einrollen kannst, dass du am Ende einfach solche Münzenrollen erhältst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Für Banken mit speziellen Münzzellautomaten sind solche Münzenrollen natürlich nicht mehr so interessant. Für einen Flohmarkt kann dieses Teil aber trotzdem noch sehr sinnvoll sein. Zuerst sollten wir uns mal das spezielle Münzenrollenpapier hier und auch die entsprechende Anzahl von Münzen natürlich zurechtlegen. Am leichtesten geht das Zählen übrigens, indem ich hier so ein spezielles Zählbrett verwende. Hier kann man dann auch sofort sehen, bei 1 Euro zum Beispiel, dass hier oben der schwarze Strich heißt, ich habe jetzt genau 25 mal 1 Euro, so wie es natürlich auch auf meinem Münzenrollenpapier hier steht. Als nächstes öffnen wir ein relativ dickes Buch einmal und dann können wir unser Münzenrollenpapier mit der Beschriftung nach außen einmal schön hier einlegen. Wir müssen darauf achten, dass der gerade Schnitt hier relativ nah bei der Mitte ist. Also dieses Abgeschrägte hier muss nach außen schauen. Danach den Münzstapel einmal zwischen die Finger nehmen und dann schauen, dass wir ihn relativ mittig hier auch einsetzen können. Durch das Buch bleibt mir jetzt nämlich der Stapel erhalten. Ich schaue, dass hier der Abstand unten und oben auch relativ gleich ist und dann können wir nämlich schon mit dem Drehen anfangen. Ich halte mit zwei Fingern also meinen Stapel fest, dass dieser nicht irgendwie abrutschen kann und dann rolle ich vorsichtig mit der anderen Hand einmal diesen Geldstapel in mein Münzrollenpapier ein. Das ist am Anfang immer etwas schwer, doch mit der Zeit kommt man auch dahinter. Wichtig dabei ist, dass ich schaue, dass das Papier wirklich die ganze Zeit schön straff ist, nicht, dass die Münzen danach innen drin hin und her fliegen können. Mein Stapel ist festgerollt und jetzt schaue ich mir einmal die Seite an, wo dieses längere Stück noch wegsteht. Dieses kann ich nämlich jetzt nach unten schön einklappen und dasselbe Spiel mache ich auf der gegenüberliegenden Seite auch. Schaue natürlich, dass hier auch wieder das alles schön eingeklappt wird. Ich halte jetzt hier unten mit meinem Daumen Sicherheitshalber noch zu, nicht, dass meine Münzen nach unten rausfallen und dann kann ich hier oben nämlich einfach noch einmal weiter einklappen. Zuerst hier und dann klappe ich das auch noch rüber. Mit der geschlossenen Seite hier haue ich jetzt einmal stark, zum Beispiel auf einen Tisch drauf, dass die Münzen etwas fest werden und dann kann ich hier oben nämlich auch nochmal alles schön umklappen. Zuerst hier einmal und dann noch ein zweites Mal. Und auch mit dieser Seite schlage ich jetzt nochmal auf einen Tisch oder zum Beispiel auf den Boden drauf. Die Enden sind eigentlich schon fest verschlossen. Sicherheitshalber nehme ich doch nochmal aber ein kleines Teserstück, dass dieses hier nicht aufgehen kann und auf der anderen Seite natürlich auch. Denn hier muss es ja nicht sein, dass das Geld am Ende irgendwie rausrollt. Und schon haben wir unsere Münzen richtig gerollt. Wer so etwas übrigens öfters machen muss, den kann ich nur solche vorgefertigten Münzhülsen hier empfehlen. Diese sind auf der einen Seite schon verschlossen. Ich lasse mein Geld also einfach nur noch hineinplumpsen und dann wie bei der Anleitung zuvor auch wieder hier oben verschließen. Und schon haben wir unsere Münzstapel gerollt. Wenn du dir für zu Hause jetzt irgendwie solche Münzhülsen, Münzrollenpapier oder auch ein Zellbrett zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellung zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra im Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.